Was ist Roman Iosi? Ja, ich sage Roman Iosi. Ich glaube, er hat in den letzten paar Jahren sehr bewiesen, dass er ein guter Scorer ist, ein guter Verteidiger. Einer der weltbesten Verteidigern. Tore. Tore würde ich mit ... Ich gehe mit ... Zimo. Dillon steppt es. Kovacevic. Timo Meier. Er lässt es. Er spielt! Die meisten Strafe wird schwierig. Ich glaube, die Schweiz sind sehr faire Spieler und nicht wirklich unfair. Darum ist es schwierig zu sagen. Aber da kann ich kein Haus werden. Da kann ich, glaube ich, zustimmen. Roman wird die meisten Projekte haben. Timo Meier hat Tore. Und ich denke, Jonas wahrscheinlich. Darum wollte ich nichts sagen in den meisten Strafminuten. Dulumpeat. Säder ist einreckt. Dämmere. Erzähl darf ich nicht. Oh Gott. Ich kann esار sie gerne aus. Dämmere. Ich habe es sicher. Ich habe jetzt hier. Vielen Dank.